Hallo, ich möchte jetzt meinen neuen Brawler Max auf Rang 35 pushen. Wir fangen an. Ich bin bei 144 Pokale. Also, mir hat Kevin ein paar Tipps gegeben. Ich muss immer mit allen Team. Hallo, Team mit mir. Darrell. Ja, Darrell, du bist der Coolste. So, jetzt hol ich mir die Kiste hier. Und wir müssen... Oh. Telefon. Wer ruft an? Oh, Finn ruft an. Hallo, Finn. Oh, ich bin gestorben jetzt gerade. War eine Solo-Showdown-Runde. Ähm, Max, du musst dir unbedingt was angucken. Was ist denn? Ähm, ich hab richtig coolen Disc-Track gemacht. Gegen Lukas mit Ali zusammen. Hast du Musik gemacht? Ja, ich hab Musik gemacht. Und mit Video. Boah, kannst du schicken. Ich gucke mir an. Ja, ich schicke dir bei WhatsApp und dann kannst du dir angucken. Okay, danke. Okay, danke. Ich sag dir dann später, wie ich gefunden hab, okay? Okay. Danke, tschüss. Tschüss. Okay, wir können nicht mehr Rang 35 machen. Okay, wir können nicht mehr Rang 35 machen. Ich muss jetzt Finn-Disc-Track angucken. So, ich bin jetzt hier am PC von Kevin, weil der hat jetzt hier den Disc-Track zugeschickt bekommen von Kata Ali. Der hat das irgendwie zusammen mit Finn gemacht. Also, ich weiß gar nicht, was das jetzt ist. Also, ich hab ja vor so eine Woche auch mal Disc-Track an Kevin gemacht. Das seht ihr mal hier einmal kurz einen Einschnitt. Yeah, Kevin, du bist ein Ei. Ich mach aus dir Brei. Ich geh zwar noch in die Schule, aber ich bin trotzdem cooler als du. Deine Mom ist ne Kuh. Ich trag gerne meinen Schuh. Du gehst nicht in die Schule und bist genauso doof wie Uwe. Ich hab'n Bräutschstaf mehr Pokal als du und das ist auch cool so. Okay, und jetzt gucke ich an Lukas-Prollstars-Disc-Track. Los geht's. Hey, der ist Finn! Yo! Lukas, pass auf. Hier ist Finn. Und du wirst jetzt in diesem Disc-Track einfach nur zerstört. Der Finn, der ist ganz witzig. Finn ist, also der da, das ist mein bester Freund. Ich schau jetzt mal, was er macht. Ich hab, ich versteh das immer alles nicht so gut, aber ich pass auf. Okay? Yo! Ja! Yo, yo! Hey Lukas, ich bin der kleiner Bruder Finn. Hör mir genau zu, denn dieser Disc macht Sinn. Ich hab in Broadstars viel mehr Skill. Im 1 vs. 1 hol ich jeden Kill. In meinen Videos mach ich viel mehr Klicks. In meiner Schule hab ich viel mehr Chicks. In Broadstars, da kenn ich viel mehr Tricks. Was sagt der Finder? Das ist aber, also das klingt voll cool irgendwie, muss ich sagen. Okay, ich guck jetzt erstmal weiter. Gegenwachst du nicht, dann machst du nix. Was, Herr Band, der Band ist, da war ich gerade. Was hat er gesagt? Da bin ich da, der bin ich da. Da machst du nix. Gegen Max und mich. Da ma... Da machst du nix. Ja, weil, wisst ihr, Finn und ich, wir sind viel besser als Lukas und Kevin. Wenn ihr das auch so findet, dann gebt Daumen nach oben. Hast du nix? Na, Lukas? Hast du schon Angst? Ich komm mit Edgar, zerstöre dich. Guck dich mal an. Du bist ein Fisch. Haut wie ein Dummi auf deinen Tisch. Der Finder sagt so witzige Sachen über den Lukas. Weil Lukas ist ein Fisch. So ein Fischkopf, da guck das. So ein Fischkopf, da. Ich guck weiter. Lukas, ich bin erst neun. Aber schon viel krasser als du. Lukas, du kannst dich freuen. Dieser Biss ist richtig gut. Na Lukas, was willst du machen? Du wurdest offiziell zerstört. Aber, warte noch kurz. Ich bin noch nicht fertig. Hier ist Finn, bester Brawl Stars Spieler. Klau dir hunderttausend Gems wieder und wieder. Mein bester Freund Max prankt dich immer. Ja, das bin ich. Das bin ich. Das hat er, was hat er gesagt? Mein, was hat er gesagt? Wie das? Mein bester Freund. Ja, mein bester Freund Max, ich bin das. Freund Max pränkt dich immer. Mein bester Freund Max pränkt dich. Ja, das wird ja immer schlimm. Pränkt dich immer. Ja, das hab ich gemacht da. Da war, guck da steht. Mein kleiner Bruder Max verarscht Lukas. Da hab ich Lukas voll geprankt. Das wird ja immer schlimmer. Du kannst dich tun. Deine Abonnets feiern mich. Viel, viel mehr als ich jemals dich. Im Brawl Stars Metal, da gewinnt ich immer. Aber beide nicht. Das macht's nur schlimmer. Na Lukas, was ist jetzt? Du bist ein Melonen-Kopf. Der Melonen-Kopf-Lukas. Das hat der Kevin in seinen Musik auch schon gesagt, dass der Lukas ein Melonen-Kopf ist. Und jetzt hat Finn das auch gesagt. Boah, wisst ihr was? Ich hab da schon so ein bisschen Diss-Track an Kevin gemacht. Aber soll ich mal, wie der Finn, so richtigen Diss-Track an Kevin machen? So mit Musik und wie Max das hier gemacht hat. Weil das ist voll witzig. Komm mal zu mir. Denn ich steck dich in einen Topf. Lukas. Der steckt ihn in einen Topf, hat er gesagt. Lukas, ich bin das Neue, aber schon wie krasser als du. Lukas, du kannst dich freuen, dieser Diss ist richtig gut. So Lukas, du wurdest offiziell zerstört. Was willst du noch machen? Kauf mir einfach wieder Jems, okay? Und damit ciao. Ja, der soll einfach, der soll einfach Finn wieder Jems kaufen. Ich klau auch einfach immer Jems von Kevin, wenn er nicht guckt. Und ich hab Passwort manchmal. Ah, was ist jetzt, hm? Ciao, ciao. Der Finder ist witzig. Also ich finde, Finn Diss-Track voll cool. Hm, Finn ist voll der Musikermann. Ich muss auch einen Diss-Track mal schreiben, wenn ihr den sehen wollt. Dann macht 5000 Daumen auf das Video. Dann mach ich auch so Diss-Track wie Finn gegen Kevin. Dann mach ich noch einen Clash Games Diss-Track. Danke für's Zuschauen. Vielen Dank.